Du bist deutsch? Jo. Wir werden uns hier wahrscheinlich wieder zerteaten machen. Ich hab gehört, wenn die Mitte kommen, haben die an. Wenn die lang kommen, haben die an. Und wenn die Winnow kommen, haben die an. Äh, geh mal nicht auf Fenster. Beide, beide Winnow, beide. Aha, du Mist. Achuu. Ich kassiere aber eher nicht, oder wie? Äh, Double, Double, Double. Äh, Double, Double. Könntest du ja überreden, dass die anhaben und dass das Hurensinne sind. Also vor allem, dass das Hurensinne sind. Komm, schau dir das jetzt mal an, wie ich die hole. Okay. Ich hab eben noch gekauft, wir werden nie wieder eine City-Pistol verlieren. Aber seitdem haben wir keine einzige City-Pistol geholt. Na gut. Okay, wenn die das so ausspielen wollen. Okay, dann spielen wir das so aus. Äh, wir gehen mal auf einen Winnow Rush. Äh, beide da. Beide Todesloch. Sehr schön. Ne Galil, die kann ja auch gleich mit Luft schießen. Oder ein Toastboot nehmen. Was hat der für ne Waffe, der Typ? Ja, Deagle. Ah, Hacker. Nice Hex, man. Dann halte ich lang. Du bist der besserer AWP-Player. Also halte ich lang am besten. Touch halten. Go ahead, never mind. Schön. Window. Kannst du auch ohne Waffe so gut spielen? Oder? Ist dann schwieriger. Ob Montag oder... dann... dann... sieht das manchmal sogar. Nope. Ah, ein Diot. Ähm, können wir kurz darüber reden, dass der andere? Falls nicht, können wir bitte trotzdem kurz darüber reden. Aim up. Ach du Scheiße. Das war feindlich. Ah. Hab ihm. Kannst du mir ne Deagle legen? Kann ne Revolver legen, aber... Nick, ich hab die hier ne MP gekauft. Danke. Bitte. Ganz kurz, seit wann schießt die MP neu mit Luft, wäre jetzt meine Frage an der Stelle. Alter, Nick. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Das ist die Kill Confirmed Power. Und die Nick Power. Nice. Hab gehört, dass wenn man den Lauf der AWP vorher schön mit Soßenbinde einreibt, dass sie dann besser schießen will. Beziehungsweise, dass sie dann fast von alleine schießt. Lang, 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 lang. Ich hab ein HP. Sehr schön. Mein Team Faggot. Ne, einer ist, einer schaut durch. Ich glaube, das war's dann, oder? Ne, das war's. Ne, das war's. Okay, gut. Er hat nen Anhit. Oh, und so. Hinter dir. Dieses 271 hab ich nach AK gespielt, oder was? So, was macht man jetzt? Im Optimalfall anschalten. Also der Punkt ist, wir müssen nur Suicide Wave kriegen. Der andere ist ein Stück Scheiße, der eigentlich das Gamedienst erliegen sollte. Bei Leuten. Einer von zwei von... Oh, nice. Das ist nice. Oh, das wird... Das wird jetzt, glaub ich, relativ easy. Ne, das wird schwer. Entspannend. Und wir versuchen mal, nur mit Nades die zu klatschen. Okay. Ich hab keine Nades mehr. Nice. Das wird leider sehr einfach. Wads gehen mit nem Messer drauf. Du weißt schon, dass ne Flash, äh... Ja, ich weiß, ich hab's mit nem Decoy verwechselt. Das, liebe Fische, war's an der Stelle. Moin. Servus. Moin. Pass aber auf, dass der nicht irgendwie nen krassen Klick gibt. Ah ne, die haben ja beide so abgebrochen, dass wir sogar gewinnen, ne? Ja. Also, dass die nicht wieder zurückkommen können. Hallo. Damit hab ich jetzt offen gestanden und nicht so ganz gerechnet. Aber nice. Ich wollte ihn eigentlich abbrechen lassen, solange, dass er dann halt irgendwann nicht mehr defusen kann. Und trotzdem haben wir gewonnen. Trotzdem haben wir gewonnen. Das ist so geil. Die defusen und wir gewinnen. Geil, Mann. Ich liebe es, das ist geil. Easy. Na dann, wenn es euch gefallen hat, Leute. Paul, wie viele Likes wollen wir auf dem Video sehen? Ja, schon so 10.000, ne? Gut, dann 10.000 Likes. So circa, ganz ungefähr eine Million Likes. Ah ja! Ja. Gut, ciao.